Achso, er ist schon höher. Okay, ihr rückt vor. Das ist schon ein Pionier. Haben wir es? Mitkommen. Die Steuerung, da hinten liegt nichts. Das sieht man schon. Aber hier haben wir eine gesicherte Kiste. Assassin 5. Aha. Und Antrieb. Ciao. Achso, warte. Jetzt. Ciao. Warte, ist der Planet erst mal sicher? Ich frage sie nur, wie lange? Und wir hatten ein Level ab. Wir können nicht weiter einschüchtern. Okay, ist nicht schlimm. Ich möchte werfen und heben können. Obheben könnte ziemlich cool sein, wenn sie in der Luft rumschweben. Heben. Vielleicht können wir sie dann auch aus Verdeckungen rauslocken. Bleiben Sie da stehen! Das hier muss nicht in einem Blutbad enden! Muss es nicht? Da grenzt mich schlecht, Kollege. Keinen Schritt näher. Wir können das auf die harte Tour machen, oder wir können das friedlich lösen. Mit einem batterianischen Terroristen habe ich nichts zu bereden. Hey, ich mache hier nur meinen Job. Diesen Felsbrocken zu kapern, war nicht meine Idee. Ich hatte mich verpflichtet, um ein wenig Geld zu verdienen. Nur ein paar Sklaven einsammeln. Das ist für mich Grund genug. Verdammt! Schnappt ihn euch! Niemand geht weg! Uh. Ouch. Ich hab's kommen können. Hey, wir können mal jeden ausprobieren. Bei ihm ja. Oh. Oh, sie haben Tali getötet. Ihr Schweine. Und ich stehe hier auch scheiße. Okay, Wax. Geh mal an heran. Und Wax, nimm doch mal... Ach, kannst du doch nicht. Ich will keine Felsbrocken. Ich will keine Felsbrocken. Ich will keine Felsbrocken. Ja, heilen. Schau, und jetzt zu ihnen hier. Ruhe. Tali, komm zu dir. Sie haben ja leicht von Leutnant Scharen eine Schlüsselkarte für den Hauptanlage gefunden. So, ist gut. Hier ist noch eine Türsteuerung. Und ein Spind. Pala. Ähm. Ja, das Limit. Ja, ja, ich weiß. Ich kümmere mich drum. Nur nicht jetzt. Das war so ein Geräusch. Hm. Egal, wir begeben uns jetzt zur Hauptanlage. Ähm. Wo steht unser Marco? Da. Warum sehe ich es nicht? Ich habe es doch garantiert nicht da hinten abgestellt. Naja, egal. Nee, ich war doch viel näher dran. Na gut, aber es ist ja vorhin auch schon mal verschwunden. Einfach so, ne? Als wir auf diesen anderen Planeten waren und die Mine erkundet haben. So. Aber egal. Jetzt Vollgas zur Hauptanlage. Es sieht so aus, ob sie geregnet hätte. Der Boden wirkt irgendwie nass. Aber es ist ja eher unwahrscheinlich. Naja. Pala. Das kommt, du schaffst es da rüber. Oh. Auch hier schaffst du es rüber. Kein Problem. Und auch hier schaffst du es nochmal. Jawohl. Speichern und hinein. Gehst du mir Granaten? Na, Granaten benutzt mir äußerst viel. Geht's mir weiter. Einfach hier? Ach, ist das eine Treppe? Oh. Autsch, Autsch, Autsch. Du musst doch warten, ist es weit binnen. Hier, gib mir nicht. Das ist ein. Ähm, warte mal. Ich muss weg. Au. Ja, ja, warte kurz. Wie wär's, wenn ihr da mal hingeht? Äh, nicht nach unten. Oh. Wo willst du denn, na? Toll, das ist falsche geworden. Oh, von hinten. Meine Waffe ist ein bisschen überhitzt. Das ist doch. Na, dann. Feuer frei, ne? Fragen? Achso, ähm, komm mal mit. Was bei denen schon wieder, ne? Da oben irgendwas. Lass du einfach hingehen, dann treffst du doch besser. Also bei hier, huch, komm zu mir. Komm mal, hören wir uns mal. Ich kann hier schon gerade kostenlos in die Idee gekommen, ist auch super. Ich hab's das Gefühl, wir müssen nach unten. Speichern können wir noch nicht, also sind die noch Gegner, ja. Da seh ich schon. Na, hat's gesessen? Hier drin ist er, oh. Stopp, Menschlein. Heute nicht. Ihr Menschen. Ihr macht mehr Ärger, als ihr wert seid. Ich fange gerade erst an. So berechenbar. Aber das hier ist vorbei. Ich werde jetzt diesen Asteroiden verlassen. Sollten sie versuchen, mich aufzuhalten, zünde ich diese Ladungen und dann werden ihre kleine Helferin und ihre Freunde sterben. Sie werden nicht einfach verschwinden, Balak. Nicht nach dem, was sie getan haben. Was ich getan habe, das ist noch gar nichts, verglichen mit den Verbrechen, die an uns Batarianern verübt wurden. Wir wurden gezwungen, ins Exil zu gehen. Wir mussten uns unsere Nahrung erbetteln und stehlen, um zu überleben. Und das geht nun schon seit Jahrzehnten so. Stellen Sie es nicht so hin, als ob ihr Batarianer unschuldig wäret. Ihr habt euch alles selbst zuzuschreiben. Ach ja. Ihr seid doch in unseren Lebensraum eingedrungen. Ihr habt uns unsere Ressourcen genommen. Und als wir den Rat um Hilfe baten, servierte man uns ab. Wir waren auf uns allein gestellt. Mussten uns irgendwie verteidigen. Aber die Menschen waren stärker als wir. Das wussten wir. Und auch der Rat wusste das. Aber es spielte keine Rolle. Ihr seid schuld. Sie und ihr Volk. Ihr habt Schuld an unserer jetzigen Lage. Und das entschuldigt den Mord an Unschuldigen? Ich könnte Sie das gleiche fragen. Wie viele unschuldige Batarianer mussten auf Torfahn ihr Leben lassen? Oh, oder haben Sie das schon vergessen? Torfahn war ein Gegenschlag für euren Angriff auf Elysium. Ihr seid vorgestoßen. Wir haben zurückgeschlagen. Es reicht. Sie wissen doch gar nichts. Ich glaube, Sie wollen es auch gar nicht wissen. Und ich verschwende hier jemandem Atem. Wenn Sie wollen, dass Ihre Freunde noch ein wenig am Leben bleiben, sollten Sie zur Seite treten. Da kennst du mich schlecht, Kollege. Ich werde einen Terroristen wie Sie ganz sicher nicht gehen lassen. Machen Sie mit den anderen, was Sie wollen. Aber es wird das Letzte sein, was Sie tun werden. Ich hoffe, dass es das wert ist. Na klar. Jetzt erst recht. Auf Sie wartet ein blutiger Tod. Wir müssen nur auf die Unis aufpassen. Die sind dann... Kann man dann durchschicken. Oh, keine Schlaffschüssen. Aua, aua. Blöden Hunden, ne? So, wir sammeln uns hier und warten mal ganz kurz Wechselt sich natürlich schneller Das ist gut Ja Lückt ihr mal vor? Los, los, los Verdammt Oh, wer schießt auf mich? Aufwarn, 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 aufwarn Oh, überhitzt Ja, haben wir so gut gemacht Sie haben meine Waffeausgefecht gesetzt So, der hat jetzt das Und Sie haben sie verschenkt Wer ist hier also der wahre Terrorist? Sie, aber Sie sind tot Ist das sicher? Diese Anlage ist sicher Aber die Batterianer können immer noch andere Kolonien angreifen Ich hoffe, dass dann jemand wie Sie in der Nähe sein wird, um Sie aufzuhalten Sie haben es geschafft Noch eine Stunde und unser Kurs hätte nicht mehr verändert werden können Ich habe ein wenig gerechnet, Chappert X57 wäre in der Nähe der Hauptstadt eingeschlagen Die am dichtesten besiedelte Region Aber dank Ihnen wird das nicht passieren Haben Sie Katie und Ihr Team gefunden? Balak hat Kate und die anderen ermordet Er jagte sie mit einer Bombe in die Luft Alle? Katie? Und Ihr Bruder? Jeden? Wie konnte das passieren? Ich dachte, sie wären Konnten Sie sie denn nicht retten? Ja, hätte ich Wenn ich die Batterianer gehen gelassen hätte Aber dann hätten sie das gleiche mit einer anderen Kolonie abgezogen Oder mit zweien Oder einem Dutzend Mein Kopf sagt mir, dass das, was Sie sagen, Sinn ergibt Es ist nur ein wenig schwierig, das große Ganze zu sehen Alles klar? Chappert Danke Für das Leben meiner Enkel Ich glaube nicht, dass ich hier bleiben werde Nicht ohne mein Team Zu viele Geister Es wird für mich Zeit zurückzugehen Und Zeit mit meiner Familie zu verbringen Aber bevor ich aufbreche Möchte ich Ihnen etwas anbieten Vielleicht können Sie mehr damit anfangen als ich Als leitender Ingenieur Stehen mir einige hochwertige Ausrüstungsgegenstände zur Verfügung Bedienen Sie sich Sie haben es sich verdient Oh Quarianische Rüstung, aha Komm, fragen wir erstmal nach Können wir nicht Ich will Universalwerkzeug Brauche ich eigentlich gar nicht Oder? Universalwerkzeug für Talin? Doch Ihr Universalwerkzeug sieht ganz praktisch aus Und teuer Reicht Ihre Dankbarkeit auch soweit? Wie könnte ich das dem Mann verwehren, der mein Zuhause und meine Familie gerettet hat? Ich hoffe, sie wird Ihnen nützlich sein Da wäre noch was Sie baten mich, nach Ihren verschwundenen Ingenieuren zu sehen Haben Sie sie gefunden? Ich habe zwei von Ihnen gefunden Sie haben es nicht geschafft Verstehe Gut Aber vielleicht ist der letzte noch da draußen Könnten Sie sich bitte noch etwas umsehen? Passen Sie auf sich auf Alles Gute, Shepard Wir schulden Ihnen was Alles Nähe im Stufenstieg Erfolg Wo ist der Typ hier? Also wenn ich nochmal wiederkommen sollte Und nach den Ingenieuren suchen sollte Wäre der Typ hier? Weiß man nicht, ne? Was sagt Nähkarte? Geiseln Ist doch hier hoch Ah, hier ist ne Tür Okay Ich bin hier raus Lasst mich raus Oh, was war hier gerade? Achso, Plasma-Sicherheitszelle Bis ich erstmal die auch schweben lassen kann Ah, Tatsache Er sitzt dann hier rum Okay Um gut zu wissen Ja, wo soll der eine noch sein? Baustelle Lager mit Sprengstoff Also hier hat er ja gesagt Er macht sich selbst auf den Weg, ne? Hm Wir können nochmal Spaß haben Hier ein bisschen gucken Was für allen Die nicht zu langweich ist Mehr mache ich heute auch nicht mehr Ich schaue noch, ob ich den einen Typ hier kurz finde Ansonsten werde ich wohl Zu Normandy zurückkehren Und die Ausrüstungskengsteine sortieren Und da brauchen wir mehr Platz Können wir hier was sehen? Mein Netzleiche gefunden Und die Annahme gefunden Ja Jetzt noch nicht Komm, das schaffst du Oh Zwei einfach Er ist ja sehr weit gekommen Allen Anschein nach Stab er durch einen einzelnen Schuss Der seinen Helm durchschlug Wahrscheinlich von einem Batarianischen Scharfschützen Wer ihn auch getötet hat Macht er sich in der Mühe Seine Leiche zu durchsuchen Er hatte noch Ausrüstungsgegensteine bei sich Okay Dann nochmal ganz schnell wieder zurück Ähm, ja Hierhin Hätten wir jetzt keinen Wegpunkt für gebraucht Aber Da ist er wieder da Ich hoffe, die müssen abgeben Dann geht's zurück zu Normandy Und dann Feierabend Das ist ja wirklich der einzige Überlebende hier Natürlich bitter Ah, hier ist er Sagen Sie, Schabbat Ihnen sind nicht zufällig Ein paar meiner Ingenieure Über den Weg gelaufen Oder Gelaufen nicht Ja, alle Jedenfalls ihre Leichen Oh Verstehe Nun denn Ist wohl besser so Als im Ungewissen zu sein Passen Sie auf sich auf Alles Gute, Shepard Wir schulden Ihnen was Fünf Universal gehen Aber immerhin fünf eure Erfahrungspunkte Die nehme ich natürlich gerne mit So, Fahrzeug Normandy Mal gucken, ob es irgendwas gibt Nein Na dann Mache ich eine kleine Aufnahepause Ich danke euch fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Macht's gut Das war's für heute Und das war's für heute Das war's für heute